Jo Pyros, heute haben wir die Leslie Moskitos. Sehr, sehr lustige Teile mit einem geilen Soundeffekt. Und die zünden wir jetzt für euch. Was testigt das jetzt für euch. Ja, die ist das Interpretation. Ich kann euch fangen an, wie wir hier an. Ja, das war es! Du hast es. Du hast es im Moment an. Oder wie hier auf? Du hast es, wenn du den Niemals. Ja, sondern du hast dir das eine Verbrechung. So, und jetzt drei aufs Schlaf. Soll ich näher kommen? Okay. Oh. Sehr, sehr coole Teile machen immer wieder Spaß. Letzt die Mosquitos, klarer Daumen hoch, Kaufempfehlung. Bis bald, Peace.